Hallo Leute, Team Bubbleteer. Heute mit einem weiteren Gewinnspiel zu unserem 1000 Abos Special. Ich preise gesponsert von unserem Sponsor Kartensalar. Check den auf jeden Fall mal ab. Regeln werden in der Beschreibung sein und irgendwo im Video. Wir werden wahrscheinlich auf der Facebook Seite von unserem Sponsor Kartensalar irgendeine Frage oder so stellen. Ihr müsst da drauf und dann kommentieren und unter allen Teilnehmern wird das halt verlost. Mehrere Preise hier, Toppreise. Wenn wir halt die 1000 erreichen, dann wird es halt verlost. Dann wird als erstes zum Beispiel ein Dragons Collide Starter, Structure Deck sogar. Ist nicht schlecht, hat ein paar gute Karten. Dann ein Light Swan Structure Deck, das ist auch ziemlich gut. Vor allem jetzt wurde ja ein neuer Light Swan Support angekündigt. Dann haben wir hier eine Hero Strike Matte. Noch verpackt. Dann die drei Legendary Collection Spielmatten Spielmatten Dinger, kriegt einer. Und dann halt die Edelritte Matte, kriegt auch einer. Also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Preise. Wie gesagt, liken und dann rüber auf die Facebook Seite von unserem Sponsor Kartensalar und dort kommentieren. Und dann, wenn wir 1000 Abos erreicht haben, wird es unter allen Teilnehmern verlost. Ansonsten, danke für alle Zuschauer und Abonnenten. Ich hoffe, wir erreichen die 1000 bald. und checken wie immer unsere anderen Videos ab, liken, subscriben, kommentieren und ciao. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020